Design und Oberflächenvielfalt kennzeichnen die Produkte der BIA-Gruppe. In der Vergangenheit war der Automobilzulieferer dabei überwiegend auf Chromoberflächen spezialisiert. Im Jahr 2020 hat BIA schließlich seine Fertigungskompetenz auf den Bereich der Lackierung erweitert und geht nun damit in die ersten Serien. Dafür hat BIA an seinem Stammsitz in Solingen in eine hochmoderne Lackieranlage mit einem äußerst effizienten und platzsparenden Anlagenkonzept investiert. Die Anlage, die von BIA nach individuellen Anforderungen zukunftsorientiert mitentwickelt wurde, setzt neue Maßstäbe in der automotiven Lackierung. Mittels flexibler Robotertechnik und innovativem Aufbau lassen sich alle Prozessschritte auf engstem Raum abbilden. Ein zentraler Handlingsroboter nimmt die Warenträger auf und führt diese durch die verschiedenen Stationen. Im ersten Schritt werden die Bauteile unter einem CO2-Schneestrahl gereinigt. Im zweiten Step verbringt der Roboter den Warenträger auf eine der beiden Lackierpositionen. Nach dem Lackiervorgang werden die Warenträger in den Rundtrockner verschoben. Verarbeitet werden können sowohl Lösemittel als auch hydrobasierte Lacksysteme in ein- bis dreifachem Auftrag. Auch anspruchsvolle Geometrien lassen sich dank der Konfiguration der Lackierstation realisieren. In Kombination mit weiteren IA-Technologien wie dem patentierten Laserverfahren ergeben sich so vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bis hin zu durchleuchtbaren und texturierten Oberflächen. Da die Rohteile sowohl zur Verchromung wie zur Lackierung in der Regel in einem Werkzeug gespritzt werden können, ergibt sich aus Kundensicht ein äußerst attraktives Verhältnis von Flexibilität zu Invest. Auch unter Umweltaspekten kann die neue Lackieranlage von BIA überzeugen. Das System arbeitet vollständig abwasserfrei und weitgehend in einem Umluftbetrieb. Nur geringe Abluftströme müssen einer regenerativen Nachverbrennung zugeführt werden, sodass die Anlage nahezu emissionsfrei arbeitet. Mit der neuen Lackieranlage hat BIA seine Inhouse-Kompetenz im Bereich der Oberflächenbeschichtung deutlich erweitert und kann nun auch Pakete mit Chrom- und Lackumfängen aus einer Hand liefern. Das Anlagenkonzept ist aufgrund seiner modularen Bauweise frei skalierbar, sodass bei Bedarf eine Erweiterung oder Übertragung auf andere Standorte zeitnah möglich ist.